Oh, ich werde sterben. Wieso? Aua. Wieso stirbst du jetzt schon wieder? Ich hab keine Luft. Oh, mach keinen Scheiß. Ich hab vergessen zu atmen. Yo, was geht da, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer kleinen Folge Team Survival Games auf dem Multigruppe selber. Mein Kollege ist hier der Champ. Hi. Und es startet sofort und... Wir rennen los und bei mir leckts, bei mir leckts... Oh, jetzt hat er gestartet. Ja. Okay, ich hab so gut wie gar nix. Okay, ich hab deine Sachen geklaut. Ah, du hast meine nicht klaut, okay. Okay, zurück, zurück. Da, wo wir gesponsen, zurück einfach. Oh, hier ist gleich eine Kiste. So, auf der D-Day ist noch jemand. Okay, ist nix. Einfach, einfach beim Folgen. Ja, mach ich. Wir müssen hier schnell weg. Ja, hier geht's raus, glaube ich, hoffe ich. Ich bin direkt hinter dir, directly. Gut, hier liegen Sachen, ne? Gut, ich hab... Auf jeden Fall habe ich hier ein Ding. Hier nehm mal... Das hier. Und das hier. So... Habe ich schon die... Ah, und das hier. Hier, hier. Ja, hab ich. Okay. Können wir langsam gehen. Hier ist es gut. Berserker, okay, hier ist... Essen, Sticks. Also, ich hab das Kit Berserker, das ist... Ich bekomm ein bisschen mehr Schaden, wenn ich eingekillt hab. Also, so ein Modus, sag ich mal. Okay, jetzt ist eine kleine Rüstung. So, ich wusste... Ah, ich glaube, wir dürfen nicht das Wasser berühren. Echt nicht? Warte. Ah, doch, dürfen wir. Wollen wir darüber zu den Boden? Ja. Ich wusste... Ach so, du gehst dahinter. Ja, ich geh auf die andere Seite einfach mal gucken. Hier würde bestimmt irgendeine Tour sein. Muss. Ey, schau auch in den... Oh, ups. Hat geleckt, kurz. Ey, schau auch in die Öfen rein. Ja, hab ich auch gemacht, aber da war nichts. Oh, das hier war eigentlich jetzt nicht verkehrt. Ein Kompass, was macht denn der? Er zeigt die nächsten Spiele an. Okay. Eine Eisenrüstung... ... und ein Goldschwert. Okay, das Goldschwert ist besser als dein... Hier ist ein Team. Wo bist du? Oh, die haben... Oh, oh. Wo bist denn du? Oh, die kommen hin. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Wo bist du? Ich komm zu dir. Bei deinem Boot. Die sind hinter mir, der hat ein Steinschwert. Ah, da, okay. Oh, ich komme. Oh, oh. Hä? Was war das? Oh, die da sind das. Okay. Ja, dann warte ich sie hier. Ich hab noch... Nein, geh mal ein bisschen weg. Komm, komm hier, komm hier. Ich werd die weg... Ich werd den wegschubsen. Ich mach den Spacken mit seiner Angel kalt. Oh, hinter der hinter der... Ich schieße sie mit... Ding, oh, oh. Er ist echt tot? Alles easy, alles easy, alles easy. Ich kümmere mich um den anderen. Ich glaube, ich bekomme den so. Was kann ich mit der Angel machen, wenn ich den habe? Betroffen habe ich den nicht. Ja, nicht, der wird einfach weggeschubst. Jawohl. Ich hab ihn. Also ich muss aber mir das Steinschwert holen, ist so ein bisschen weit unten. Da sind die Sachen so. Nicht wundern, warum ich gerade übersteuere ich... Es ist ja ein bisschen dunkel hier unten. Oh, ich werde sterben. Wieso? Aua. Wieso stipsen du jetzt schon wieder? Ich hab keine Luft. Oh, mach keinen Scheiß. Ich hab vergessen zu atmen. Okay, komm einfach zum Land. Weil wir waren doch noch früh. Ich hab den Steinschwert jetzt. Und meinst du, hier gibt's nichts in den Truhen? Nö, egal. Egal. Vielleicht ist es in dir das Schwert. Vielleicht auch nicht, aber egal. Gut, aber das erste Team haben wir doch erfolgreich erledigt. Ja, das stimmt. Und ich hab nicht mal mein Schwert benutzt. Das ist exzellent. So, der Kompass, der zeigt mir, wo der nächste Gegner ist. Das heißt, der macht das einfach so. Nee, ähm, manchmal zeigt er die Care Package an. Also, das ist so eine Vorratskiste. Ja, jetzt schlägt der gerade aus. Und hier ist noch die Kiste. Nee, der ist nichts. Da waren wir, glaube ich, weiß nicht. Hier in die Richtung schlägt der aus. Wo bist du? Steht mir die auch Care Package? Ja, Care Package 1. Kompass. Oh, es dann natürlich kommt gleich dieses. Ja, wusste ich doch. Das ist, ähm, 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 dieses, dieser Regen. Saueregen. Okay, der trifft uns hier ja nicht, ne? Ja, genau. Von hier kamen wir wollen wir mal in eine andere Richtung, oder? Hä? Ach echt? Äh, gehen wir einfach hoch. Okay. Hey, warte mal. Hier waren wir ja. Ich dachte, aber das sind welche, das sind welche. Oder nee, doch. Wir waren ja doch nicht. Hier. Ich schlag die. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, 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 oh. Renn weg, renn weg. Renn weg, renn weg. Nein. Was machst du denn? Wo bist du? Ja, ich bin tot. Ah, nee, wirklich, das habe ich jetzt. Ich schlag die gerade. Oh, oh. Ich bin auch fast tot. Hab einen. Du, 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 du bist da rein, sagst, kämpf, 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 kämpf. Aber auch immer, rind weg. Äh, ich war jetzt noch raus. gar nichts vorbereitet kann ich verstehen also ich habe die weiter bekommen ja die haben auch mich getötet wo bist du hingefallen nach oben auf dem baum rauf ja hier ist ein baum aber ich sehe denn sachen nicht komisch kannst du mich nicht spektaten doch ja doch hier ich habe ja gefunden und da liegt noch mehr da liegt noch mehr über dir das zumindest noch ein ja ich habe eine volle rüstung und scheiße aber ich lebe noch das auch gut das ist auch gut ja ich habe mir leider für dich geopfert jetzt echt nett von dir gewesen ist es eigentlich nicht doch doch jetzt noch ein kompass da zeigt mir gegen das andere so jetzt auch noch dreck kann mir ein eisenschwert kraften hattest du da zwischenzeitlich aufgehört auf die beiden rauf zu hauen nee ich bin runtergefallen weil ich habe dann durchgeht raufgaben ich habe gedacht wenn wir jetzt beide dann draufhauen vielleicht klappt so irgendwie dadurch war ich dann eins gegen zwei das war ein bisschen auslos hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir scheiße oh nein ich bin gefangen egal der stirbt ja ich kann mich glitschen stimmt geht ja in mini kraft so hatten der hier schönes ja das ist fast ein ding vollbrand hier ist doch so namenstag hinter dir ja ich hab's in der hand an noch eins er ist nix er ist so gut auch wie nix so der tote scherm spektatet dich sehr schön ja jetzt muss aber auch gewinnen ja versuche ich hab's nicht hier wieder einfallen ich bin fast wieder drin so perfekt wo ich habe dann gehört oh scheiße weil das ist weil der eine hat ein steinschwert der andere hat ein buch aber ich habe die doch nicht angezündet aber ich bin doch trotzdem weg würde ich guck für dich die rennen dir nicht mehr hinterher tut ich bin nämlich alleine ist richtig doch doch die rennen wir hinterher aber die mich verloren ja jetzt können sie wieder hinten zu stehen geblieben ja jetzt kommen sie oh nein 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 oh nein was warum hinten die mich misst dich ich sterbe ja stirb vielleicht oh nein doch nicht das kann mein ende sein ist es wahrscheinlich auch okay die kommen aber auch nicht so richtig zu potte oh scheiße ich hab nur dreieinhalb herzen ja sie rennen dir zwei hinterher aber du bist recht flink unterwegs und ich glaube die sehen dich nicht der eine driftet nach rechts ab ja die hat die sehen dich nicht wenn du unter wasser bist echt du bist auch schneller als die glaube ich und pass auf rechts auf dem schiff von dir da ist noch einer mit dir ja also gar nicht so ja aber das ist wichtig das schießt nämlich auf die anderen jetzt schießt auf dich zeige mal frieden oh ne jetzt schießt er mich ab ja da war noch keine dinge ah die chests sind wieder voll oh ok cool nachgefüllt lecker lecker bitte pfeile oder so oder in dir schwert hä hier war gar nichts hä der chest in der ach in der mitte ist es glaube ich ja warum habe ich hier so wenig fps komisch die überall nao meter schauer egal bin hier der beruf jetzt in die mitte alter ist das laut das ist verdammt laut da ist einer der kack rüstung der weiß nicht dass ich da bin doch er weiß es wie kommt die meteor rein wcf kam meteor rein ja und bist tot oder es nein hä ja nein und jetzt habe ich ein eisenschwert perfekt eine eisenrüstung ein eisenschwert nein 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 das gibt es nicht oh mein gott ich habe mich noch gerettet ich habe dich schon lange aus den augen verloren jetzt wird er zerstört er wollte mich killen hat es fast geschafft aber jetzt kill ich ihn die checken auch nie dass ich sag nicht reinkommen recht schlimm aber naja ich hatte es raus du lebst ja wahrscheinlich alleine oder mit meiner freundin ja besser als mit eltern ja gut bin aber auch 25 und mit 25 lebt man meistens nicht mehr bei den eltern ja ja okay ich habe ein eisenschwert bin voll equipped immer so verschiedene kompass der package immer das gleiche ich kann aber naja nirgendwo einen namen sehen aktuell ja hier ist alles noch voll eigentlich häh ah deathmatch deathmatch oh deathmatch oh deathmatch wie bist du da hier bin ich ah warum habe ich nicht verzaubert ich habe ein level verdammt oh ne der ist noch ein team verdammt ja gut aber die haben ich will team mit sie machen dass ich die angreif ja aber der hat ein länges nein pass auf der schießt auf dich die gehen auf ihn vielleicht ah verdammt jetzt macht das team euch kalt nein keiner macht mich kalt okay oh sauber 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 oh god warum bin ich hier so schnell bei anderen der schwach der schwach jawoll gewonnen endlich mal eine gescheite runde naja außer dass ich tot bin aber ja das team hat gewonnen ja gut das war es dann jawoll machen n sagen ich so